das sind wir auch schon wieder wieder eine runde ab liefe aufgenommen live 100 lte gameplay hier auf der karte wie heißt überhaupt fj order genau 100 lte im gegner team mit einer artie das heißt die artie steht unten k9 100 lte wird versuchen hier in der mitte zu spotten das wollen wir ihm mal vermiesen so gut es geht zwar auch offen aber scheißegal hauptsache kommt nicht auf seine posi artie du darfst da rein kacken ja cool warum raus so wenn man auch mit zoom in mod fahren kann die 100 lte hat sich gedreht sehr schön weißt du knove dem brauchen wir im bus dazwischen so einmal links da hier guckst du mhm du siehst mich nix auf kette mit dir du bitch haben beide getroffen cool jetzt muss ich nur aufpassen vor dem 100 lte er ist da unten ok ich traue mich nicht ein bisschen bäume fällen einer geht noch ja was steht denn noch alles hier und ihr habt spaß ja ihr guckt euch gegenseitig an das ist doch fein und halb 61 kommt 54 sehr schön schön in die falle gelockt einmal strv warte ich komme ich komme ich komme also bätschütze schön ok bt 10 du darfst auch nochmal Na ja, schade. Ich wollte jetzt so einen coolen Move machen. So, jetzt geht's weiter. Auf, wie geht's? Das haben wir geklärt. Jetzt fehlen nur noch die ganzen Camping-TDs. Ach nö, ein Skoda. Der hat mich aufgemacht, der Arsch. Hauen wir mal wieder ab. Jetzt denkt er, wir kommen zu ihm und Reno. So, jetzt können wir doch irgendwo mal auf die Heavys wirken, oder? Friedermarsch. Ups. Warte, ich komme. Fuck, du bist leer. Minus eins. Zwei kann ich noch fressen, locker. Der müsste gleich nachgeladen sein. Fuck. Alpha. Alpha, Mann. Aber egal. 14,8. Wir haben es geschafft. Was haben wir denn? 4.131 Damage und 320 gespottet. Ja, am Schluss der Alpha wollte nicht. Noch ein bisschen noch höher so. Die letzten HP. Aber trotzdem, ich würde sagen, wir warten kurz. Es steht ja 14,8. Ist ja gleich hier zu Ende. T10, immer noch Full-HP. Läuft. So, holt ihn euch. Gehen wir mal auf den T10. Weil er hat sich ersoffen. Ja, ganz schön. Aber egal. Coole Runde. Jetzt noch schnell die Auswertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder. Aktualisier Garage. So. Das ganze Spiel 5-Panzer aufgeklärt. 320 Geboons. 3 Module zerschissen. 4.131 Schaden selbst gemacht. Mit dem Schaden sind wir an erster Stelle. Kreditos gab es 29.291. Und Erfahrung 3.519. Ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich. So, wir dürfen mit unserer Ruhr 251 die Karte Siegfried-Linie spielen. Hm. Wie immer Burner-Gefecht, ne? So, was haben wir denn? WZ-132 A ist mit dem Jagdtiger im Platon. Efen mit O-Hohen-I-I-S-M. Also denke ich mal, Efen wird rechts spotten, die Nuller-Linie. Und der WZ wird 1 bis 4 spotten. Das kriege ich in meine Ruhe schneller. Hat mehr Tarnung. Doch. Pingen wir mal hin und schreien um Hilfe. Oh, sehr schön. Da kommt echt was mit. Oh, sehr schön. Objekt 277 und Efen. Ich halte mich mal hinten. Ich habe keinen Bock auf das Kreuzfeier. So. Jetzt durften wir auf ihn schießen, ohne dabei aufzugehen. Das ist echt assi, was ich mache. Das weiß ich. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit. Ne, ne. T69 nicht. Ich mach das nicht. Bleib easy zurück. Ich bin da. Jodelt der jetzt rüber? Nein. Gut. Okay, er macht immer. Jawohl. Also gerade eben konnte ich mir mit zugucken. Immer einmal links, einmal rechts. Ne, und das habe ich dann mit abgezählt, sag ich jetzt mal. Oh, ich war auch im Fuck. Irgendwelche Schüsse hier vorne hin. Nope. Nice. Kommt man da oben noch ran? Das weiß ich gar nicht. Naja. Nope. Jetzt wollen wir den mal ein bisschen ausspielen. Oh, Grille. Jetzt hätte ich mal HE haben müssen. So. Oh, nur das. Danke. Ich muss irgendwie die Bettstatt am Leben halten. Progetto, du bist gleich nachgeladen und jodelst. Da ist ein Baum gefallen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Fuck. So. Der dürfte getroffen haben. Der auch. Der dürfte getroffen haben. Ich kann gerade nicht viel sappeln, weil mir das Team so einfach macht, Schaden zu machen. Also das Gagner-Team. Ja, genau. Genau. Also er darf treffen. Okay. Dann fahren wir mal weiter. Weil die Stadt verloren ist. Ein noch hinterher blind. Nope. Leopard drückt mit. Zwei TDs im Background. Das heißt, ich kann spotten. Sehr schön. Was würde mich hier erwarten? Udis und Grille. Getroffen. Nice. Nein, Grille. Hau ab. Was hat er von mir gesehen? Nüscht eigentlich. Aber er hat's geschafft. Sehr schöner Schuss. Das ist echt. Muss ich zugeben. Jetzt mal zugehen. Nice. Oh, ich sollte mich hüten hier vor der Loretta. Und den Dicken. Nein. Die Lorraine. Fuck. Dann holen wir uns mal ganz schnell den Udis. Mensch, die Ds, bitte. Okay, Cousin. Nice. Jawohl. Schön zusammengespielt. Nice. Sehr gut. So, 705. Auf dich habe ich gar keinen Bock. Oh, nö. Komm, S1. Hol ihn dir. Hallo, du Spukatuttel. Komm, 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 komm. Drive. Gib Gas. Da bin ich jetzt gespannt. Komm. 14 zu irgendwas. 14.11. Hä, 4.30 Uhr. Macht er gut. Absектив位置. Ach, verschossen. Nice. Komm, Patcher. Ein noch. Jawohl. juntesehen will ich noch eine Wunde schieben. We는데요 ist, ich verstehe es fürgelte von die los. marginal faire Lon patrizia bis zum in exile weil ich da gibt noch forums wie Oh, ja. Erst mit mir operieren wie diese hierился. Ach, Schälle sind fertig in ihrer Wunde. Ja, ich dwelling hast, das war auch mit ja was dann oder Pam 요즘em und ein Bonn. Sehr schön. 4.044 Schaden. Tolle Runde. Top der Marsch. 9.815 Credits plus. 2.693 Erfahrung. Und jo. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao. Karte Karregilin. Standardbild. Also AMX 13. 105 ist mein Gegenpart. Ein Klicker. Okay. Das kriegen wir hinten. Ich würde erstmal vorsichtig glaube ich in die Mitte fahren. Weil nur 3 TDs. Jagd E steht hinten rechts. Nuller Linie. Skorpion G wahrscheinlich auch. Machen wir erstmal looky looky, was hier so läuft. Wir haben ja einen Klicker. da. Aha. Hier guckst du. Oh, ich würde so gerne schießen. Der muss raus. So, ein Tag. Jawohl, nice. Ja, so, T-54 haben wir noch, super Konk, ne, nur Konk, okay. Können wir den Busch hier so ein bisschen benutzen und gucken, was da oben ist. Kannst du da durch, Lucky, Lucky, ja. Skorpio! Komm, du piekst da nochmal raus. T-54? Oh, ah, nix. Boi, jump, boi, jump, boi, jump, boi. Oh, oh. So, wo stehen die da so, ne? Der dürfte getroffen haben, nice. Der auch? Steht da echt immer noch? Ne, komm. Mod 1. Pass auf. So. Ich helfe dir schnell, Mod 1. Wenn ich da runter fahre, müsste ich eigentlich safe sein. Na? Na? Lad nach. Meine Fresse. Jetzt jodelt nicht gleich der Amex, ne? Ja, 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 ihr dürft die pushen, Leute. Hä, hä, hä. Boop. Gibt er das jetzt hin, oder nicht? Ja, weißt. Nice. So, jetzt sind wir ganz fies und tun so, als er verhofft war. Und machen das gar nicht. Ganz schlaue Füchse, ne? Wo hast du dich versteckt? Oh, 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 oh. Nein. So. Atushka. Ich komme. Meine geliebte Atushka. Nice. Hier ist sie nicht. Da auch nichts. Hey. Eine Ati, die sich bewegt. Fuck. Ach, Ati, ich komme. Ich komme. Äh. Zu Tisch. Aimen. Und. Boom. Das ist mir egal. Ich brauche da Marsch. So. Atushka. Was machst du denn? So. Lucky shot. Lucky shot. Gigi. Sehr schön. Freut mich. Hab ich. Hab ich eine, ja, gute Runde. Mhm. Ja. Würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz die Auswertung an. Hier, ne? Ein bisschen so. Na, da, 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 da. Oh, hier, guckst du. Panzerass. Nur so wenig machen und man kriegt ein Panzerass. Okay. Okay. Da bin ich jetzt echt überrascht. Ne, 3560 Damage und 4153 Spotten, das ist ja nix. Ja, aber cool. Läuft. So. Ja. Mit dem Schaden an erster Stelle. Ne, an Kreditos gab's 35311. 3532 Erfahrung, weil hier Belohnung, ne? Tagessieg. Maximum erhalten. 1177 Erfahrung. Krass. Das ist nichts. Ne. 1250 für den Panzerass. Aber in dem Fall wird da kaum noch gespielt. Ja, nicht schlecht. Danke euch fürs Zuschauen, dass ihr live dabei wart. Ne, zum Überraschungspanzerass. Dass man mal ebenso geschenkt bekommt. Warum auch nisch. Bescheides und ja, ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Gefecht. Tschüss. Ist doch geil. Sowas hier. Das wird die beste Aufnahme, die es gibt. Nix machen. S1-Bot! Geht ja gar nicht! Oh, Spenner! Ich weiß, man, aber irgendeiner muss die Schuld haben. Ja, da habt ihr gesehen, wie man erfolgreich nicht in Petten spielt. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch was beibringen. Das ist genau das Gegenteil von dem Spiel, was ich gerade gemacht habe, und ihr seid erfolgreich. Also dann, bis zum nächsten Match. Könnt ihr das löschen? Nee. Nix löschen! Willkommen zurück, ihr Panzerianer! Heute Tripp-Präs... Prozent das war dann steht wie lange habe ich gelebt 30 Sekunden ja 35 das ist doch ein neues das kommt wieder in die Outtakes tausend Schaden das ist doch ein Panzerass hundertprozentig doch stirb ich war ganz hinten und ich habe das Video als Beweis ihr habt das auch gesehen Zuschauer ich war nicht mal in seiner Nähe auf jeden Fall wieder unsere Rubrik lustiges Fahren mit Frank alle Hut Frank hier aber ihr seht ja kaum passiert was hat wieder irgendein anderer Schuld bei ihm nein nimm mal wieder dein Mauerbrecher bitte wir brauchen nur einen der sechsten Sinn hat und Deckung hat er geben kann sechsten Sinn habe ich Deckung geben ist nicht ja eben drum das ist hier guck ganz schnell Gefecht drücken jetzt habt ihr mal gehört wie wir diskutieren welche Panzer man nimmt du nimmst das was wir wollen genau also Sami dient als unsere Deckung Kai und ich wieder laufen ja und Kai und ich werden ihn als Deckung benutzen also ihn decken und hoffen dass das schöne Welpen rauskommt schön au kannst du den Krankenwagen rausnehmen der Kranwagen ist raus und ich lebe noch weil der Jagd EHE geschossen hat also wie ihr seht gönne ich meinem Team also meinen Mitspielern natürlich gar nicht dass sie getroffen werden oder so Kranwagen ist raus es sind immer die Kranwagen aus der Welt hochzack und über Bersen 45 da ist auch schon Geschichte und er ist auch schon wieder hin wenn man noch mal piekt sollte ich treffe sagst du auf jeden guckst du in die ketten kriege weil sie groß was in der wanne sehe ich nicht aber gesehen hast du das gesehen das ist ein chrysler kam dann das jemand sagen du bist ein tenner auf uns schießen geht ja gar nicht ich habe mich wenigstens einmal revenge hier auf mich hat er diesen schaden mal guckt ihr mal bitte hin da siebener nein wir können bei achter bleiben man es mir dann lassen sie ihn erfahren wenn das auf mich nie zu machen ich hatte den cda auch die klappe red gar nicht mehr ich werde jetzt frustkacke ich habe jetzt nur eine lüftung und wieder optiken noch sondern wir sind voller profi hat doch gesagt stopp ja auch wenn ihr mit profis mal zu fahren wollte was lernen wollt ihr wisst ja unsere in-game-namen einfach anschreiben und am besten auf igno setzen dass wir ja nicht zurückschreiben können so ich bin am klicken ich und in der arti krass wo wo kacke ich denn hin